Meine These für die nächsten zehn Jahre OER lautet, dass die Offenheitskompetenzen für den Bildungsbereich, insbesondere in der Schule, immer wichtiger werden. Denn das wird einen Wandel der Lernkultur auslösen, auch für Bildung, insbesondere für Schule. Dadurch wird sich die Rolle der Lehrkräfte auch transformieren. Denn die Offenheitskompetenzen, die wir im Bündnis gerade entwickelt haben, bedeuten auch einen Wandel von pädagogischen Herangehensweisen, kollaboratives Arbeiten, Kreativität, offene Pädagogik wird immer bedeutsamer. Denn OER sind einfach kein Randthema mehr.